Ja, liebe Pforzheimerinnen und Pforzheimer, in fern und nah, das fern betone ich heute besonders, weil es war ein Wunsch von einer anderen Seite der Erde, dass ich mal einen Film mache über die Schulze-Delitz-Straße. Die Schulze-Delitz-Straße liegt am vorderen Weiherberg. Hier kreuzt auch auf der einen Seite, wo die niedrigen Hausnummern sind, die Bergstraße, die nach dem Weiherberg benannt ist. Der Weiherberg wiederum nach einem Weiher, der dort lag, wo heute der Turnplatz ist. Die vordere Schulze-Delitz-Straße mit den niedrigen Nummern ist nach dem Zweiten Weltkrieg, weil hier alles in Trümmern lag, teilweise auf den alten Ruinen und Kellern wieder aufgebaut worden. Das sieht man auch, wenn man sich das genauer anschaut. Und ich gehe jetzt gerade mal hier rüber. Und dann kann man hier sehr schön einen der nächsten Häuser erkennen, dass hier einfach noch die alten Keller drunter liegen. Schulze-Delitz war ja ein Sozialreformer des 19. Jahrhunderts und eine Straße drüber heißt die Lenkstraße Genossenschaftsstraße. Und gerade dieses Genossenschaftswesen ist eben von Schulze-Delitz mitentwickelt worden. Ein bisschen mehr finden Sie dann unten in den Erläuterungen dazu. Und hier sind wir nun in einem Bereich, da sieht man es noch. Also hier sind die alten Keller noch da. Und das ist die Nummer 12. Hier auf der linken Seite, wo man recht schönen Blick auch über die Stadt hat. Ich gehe mal gerade rüber. Da sieht man eben recht weit, aber auch, dass hier neue Häuser Verdichtung gemacht wurde in den letzten Jahren. Und jetzt sieht man da hinten zum Beispiel den Stadtkirchenturm. Also man hat hier, wenn man auf der Flussseite sozusagen Zimmer hat, hat man teilweise wirklich sehr, sehr schöne Sicht. Schauen Sie hier, die Nummer 16. Immer noch ein Ruinengrundstück. Und der Angriff war am 23. Februar 1945, also vor 76 Jahren. Seither nicht mehr bebaut. Man sieht, dass die Häuserbreiten fast alle gleich sind. Auch das hängt wohl mit den ursprünglichen Bewahrungen zusammen, die eben mit diesem Genossenschaftssystem gerade in diesem vorderen Teil funktioniert haben. Ja, zwei alte Posten hat man hier noch stehen lassen und ansonsten hat man schön verdichtet. Für die 50er Jahre zum Beispiel typisch sind auch solche Balkone wie hier oben, also die abgerundeten oder die schräg in den Weg gestellten Fenster. Hier ein Fabrikgebäude, das, wie man erkennen kann, im unteren Bereich aus den 30er Jahren stammt. Diese Eingänge sind für diese Zeit absolut typisch mit diesem Schlussstein, aber sicherlich eben auch oben beschädigt und dann verändert wurde. Oder auch hier die Nummer 30. Unten erkennt man noch, dass es wahrscheinlich alt ist, aber im oberen Bereich, da kommen die 50er Jahre durch. Genauso wie die Neubauten hier an der Ecke Edesonstraße. Jetzt laufe ich ein Stück weiter und hier kommt man zu einer Staffel der Jahrhundertwende, die noch ziemlich gut erhalten ist, die also so kurz nach 1900 entstanden sein dürfte und bis hinunter führt zur Schwarzwaldstraße. Auch hier noch sehr schön, zwar 50er Jahre Geländer, aber der Rest ist eben kurz nach 1900 gemacht. Und auch die Farbigkeit der Steine, also schwarze Steine in der Mitte und am Rand und dann solche weißen Linien, das ist also auch damals schon ein Stilelement gewesen. Die Schulze-Delitz-Straße, an ihr kann man doch recht gut erkennen, bis wo sozusagen die Zerstörung ging und ab wo die Häuser stehen geblieben sind. Und zwar sind es die höheren Nummern, die auch unter Denkmalschutz stehen. Und diese Gebäude sind alle ganz kurz nach 1900, 1901, 1902 entstanden. Und ja, wir haben ja noch alte Zäune und da kommen sie jetzt, also die Zeit des Jugendstils, der verschiedenen historistischen Phasen. Hier nochmal ein typischer 50er Jahre Bau in der 42, auch mit der Art und Weise, wie das Geländer gestaltet ist oder auch eben da oben. Schauen Sie mal. Und dann kommen wir hier in diesen älteren Bereich. Und das Tolle ist, dass hier noch Vorgärten sind, wie es oft gab in den früheren Bauten, auch in der Nordstadt kennen wir das, haben wir ja letztes Jahr da einen Bereich gemacht. Und dass hier zugleich noch Holzläden enthalten sind. Und das Tolle sind diese Werkfassaden in der Mischung mit verschiedenen anderen Elementen, mal mehr, mal weniger Jugendstil und viele, viele kleine Details, die da zu finden sind. Wie zum Beispiel auch hier mit Wappen versehen, der Eingang über der 44. Also wirklich auch teilweise originale Details noch, wie in der 46, die ursprüngliche Haustür. Also mit Holz in Tarsien, wirklich sehr aufwendig gemacht. Oder hier jetzt sehr viele Jugendstilelemente in der 48 und in der 50, dann Neo Renaissance mit Fachwerk dazu. Leider hat man da in den 60er Jahren vermutlich eine etwas unglückliche Tür reingemacht. Genau. Und hier oben sieht man dann zum Beispiel auch eine Jahreszahl 1902. Dann die Holzergärter davor und diese vielen, vielen Spielereien, die man hier hat. Wie gesagt, das besonders Schöne ist, dass die Vorgärten noch erhalten sind. Und manche Häuser haben auch eine Vereinfachung erfahren, auch im oberen Teil, dass man also Teile der Schmuckelemente ein bisschen weggenommen hat. Das ist schade. Hier vorne am Ende der Schulze-Delitz-Straße, wo sie auf die Nebenius-Straße trifft, hat man nochmal so ein Ensemble von Häusern, die alle a. unter Denkmalschutz sind und b. auch jetzt hier die Fenstergestaltung sehr gut sich am Original orientiert. Man kann den Unterschied hier besonders gut sehen. Also was Sprossen ausmachen, wenn man diese beiden Häuser, jetzt bin ich aus dem Gegenlicht raus, wenn man die vergleicht. Das ist also hier jetzt das Ende der Straße. Und hier vorne, ja, das scheinen Göttenweinreben sein, die hier am Haus hochranken in der Bäckerei. Und die Einbauten hier vermutlich aus den 50er Jahren auch, hier unten für die Bäckerei selber. Und darüber dann die andere Seite, die jetzt nicht im Licht liegt, aber wir schauen uns das nochmal so an. Ein schöner Ablauf dieser Häuser der Jahrhundertwende und eben sehr, sehr viele Details, die das Ganze freundlich machen, auflockern. Auch z.B. diese Holzelemente hier oben an der Fassade und eben die Zäune. Hier solche Blütenelemente, die hier herauswachsen, dann auch die höher gelegten Stufen. Also hier wieder Elemente der Neorenaissance und bei der 51. Und hier ein sehr interessantes Motivgeflecht, das an solche alten Schmuckwerke erinnert. Und auch hier z.B. dieser Zugang zum Geschäft. Die Geschäftseinfassung, zwar nicht die Tür, aber diese Säule, dieser Pfeiler in der Mitte, der ist noch alt. Oder auch dann hier so ein bisschen Übergang, praktisch barock. Klassizismus, Zopfstil in dieser Fassade dazu. In der 47, aber auch wieder eine neue Tür. Also wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und da oben sogar noch ein Aufsatz, eine Amphore. Und wieder diese wunderbaren Bereiche hier mit den Zäunen, die das Ganze abschließen. Also das war jetzt der kleine Film über die Schulze-Delitz-Straße mit einem Gruß nach Ostasien, wenn ich mich richtig erinnere. Alles Gute den Pforzheimern auf der ganzen Welt. Bis zum nächsten Mal, Ihr Olaf Schulze.